Heute für euch 10 Lifehacks, die jeder gut gebrauchen kann. Platz 10. Wenn du eine Rede hältst oder etwas vor vielen Leuten vorlesen musst, dann drucke den Text aus und ändere die Textfarbe alle vier Zeilen. Das macht es dir viel einfacher, die richtige Stelle beim Lesen zu finden, auch wenn du mal zum Publikum geschaut hast. Nummer 9. Liebst du Eiscreme? Dann wirst du auch diesen Lifehack lieben. Wenn du bei einer Eisdiele Eis bestellst, dann verlange immer erst eine Kugel, auch wenn du mehr bestellen möchtest. Wenn der Verkäufer die erste Kugel in die Waffe gedrückt hat, sagst du, ach wissen sie, ich hätte doch ganz gerne noch eine zweite Kugel. Wenn ihr dann eine zweite Kugel bestellt, ist der Verkäufer gezwungen, sie genauso groß wie die erste zu machen. Und wie wir wissen, ist diese meistens größer, wenn man nur eine bestellt. So bekommt ihr mehr Eis und dann heißt es nur noch, guten Appetit. Platz 8. Hast du Husten, aber keinen Hustensaft? Dann probier's mit Ananassaft. Dieser enthält Bromelain und ist dadurch bis zu 5 Mal stärker im Bekämpfen eines Infekts und Bakterien. Platz 7. So zu tun, als wäre man selbstbewusst, obwohl man es gar nicht isst, kann sich positiv auf deine Psyche auswirken, sodass du dadurch wirklich selbstbewusster wirst. Nummer 6. Wasser. Das Elixier des Lebens. Doch wann trinkt man es eigentlich am besten? Hier sind die besten Zeiten zum Wassertrinken. Erstens, zwei Gläser nach dem Aufstehen, das regt den Kreislauf an. Zweitens, ein Glas am besten immer 30 Minuten vor einer Mahlzeit, das regt nämlich die Verdauung an. Drittens, ein Glas bevor du duschen gehst, das senkt den Blutdruck. Und viertens, ein Glas vorm Schlafengehen, das beugt Herzattacken vor. Also gerade für die Älteren von uns interessant. Und der nächste Lifehack dreht sich auch um das Thema Gesundheit. Platz 5. Du möchtest ein paar Kalorien verbrennen? Hier ist einer der einfachsten Wege, um 100 Kalorien zu verbrennen. Mache dafür 20 Liegestütze, danach 15 Kniebeugen, dann 50 Hampelmänner, 30 Sit-Ups und das Ganze wiederholst du dann 3 Mal. Platz 4. Willst du, dass jemand aufhört, dir ständig Nachrichten zu schreiben? Dann schreibe einfach folgendes an die Person. Systemfehler 303. Übertragung der Nachricht fehlgeschlagen. Weitere Nachrichten werden von ihrem Konto abgebucht. Da wird sich jeder überlegen, ob er euch nochmals nachts um 3 mit Nachrichten bombardiert. Und die Top 3. Möchtest du dein Zimmer neu streichen, aber kannst den Geruch von Farbe überhaupt nicht ausstehen? Dann füge der Farbe einen Teelöffel Vanilleextrakt zu. Das überdeckt den Farbgeruch und es riecht im Haus schön vanillig. Und Platz 2. Für die bösen Eltern unter euch. Sitzt euer Kind zu viel am Laptop, Handy oder Tablet? Dann nehmt ihm nicht die Elektronik selbst weg, sondern die Aufladegeräte dafür. Dadurch nutzen die Kinder das Gerät von selbst weniger, weil sie sich ihre Batterielaufzeit selbst einteilen müssen. Werde ich mir auf jeden Fall für später merken. Und auf Platz 1. Müsst ihr niesen, aber es passiert einfach nichts? Dann haltet eure Luft für ein paar Sekunden an und schaut dabei in eine Lichtquelle. Und schon heißt es... A-A-A-A-Tschü! Hier könnt ihr das Video gerne noch teilen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao!